Komm schon, Scheiße. Ja, gut verfehlt. Oh, Shit. Welcher Konflikt wartet. Ach du heiliger. Wähle deinen eigenen Weg. Level 6, Teleport. Oh, 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 Oh. Komm schon. Oh, What? Mann, ey, die dumme Katharina Die, warum? Warum rennt sie weg? Warum? Alter, ist die dumm oder so? Ist die dumm oder so? Die ist dümmer als dumm Die ist ohne Scheiß dümmer als dumm Lulav Die rennt in der ganzen Weltgeschichte rum War wirklich, in der ganzen Weltgeschichte rennt die dumme Kuh rum Scheiße, der ist Level 13 Bitteschön Bitteschön Warum good game? Lerne aus deinen Fehlern Alles klar Alles klar So viel Tod Den er da hat, der Junge Oh, Katharina Nicht mal gegen Gegen die hast du eine Chance Begnerische Doppeltöte Oh Ach du Heiliger Level 14 ist Rise Nein, 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 nein Tschüss Hell yeah. Mann, Riven ist so geil. Was ist ein PV? Ja, PV. Ein Schwerd spiegelt seinen Besitzer wieder. Switzerland. Yeah, buddy. Switzerland. What? Mein Geist ist nicht verloren. Level 15. Ach Gott. Shit. Er hat uns entdeckt. Oh, 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 Timo. Scheiße. Ay, 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 ay. What is this, man? Oh, 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 Katharina. Nein, warum festhalten? Shit. Shit. Jawohl. Das ganze gegnerische Team tot, oder wat? So. Jetzt muss nur noch Ash und Blizzcrank ein bisschen hochskillen. 2.100 Gold, kann ich mir Datia leisten, kann ich mir Datia leisten. Und das auch bald. Don't say you win now. Ja, das darf man nie zu früh sagen. Das darf man nie zu früh sagen. Olaf, Level 13. Leichte Beute, muah. Wo ist sie? Das wäre eigentlich... Naja, gut. Eigentlich nicht ganz mein Kill. Ui, 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 ui. Ash, bist du blind, oder so? Shit. Nein, 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 nein. Kata, 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 kata. Ui, ui, ui. Shit, trick. Shit, trick. So, shit, trick. Oh, ja. Oh. Oh. Deine Mutter. Deine Mutter. Ach, Mann. Das ist ja gar nicht so gut. Wo ist denn der liebe Timo? Go away, man. Mein Eistee ist nicht richtig zu. So, ähm... Ja, ich kann mir das natürlich nicht kaufen. Aber... Seht ihr, darum darf man nie zu früh sagen... Win. Welcher Konflikt wartet? Ach, Mann, ey. Ich bin so weit gekommen. Mann, 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 Mann. Ein Schwert spiegelt seinen Besitzer wieder. Wie viele sind denn da? Hm. Wähle deinen eigenen Weg. Der Gegner hat einen Turm zu stürzen. Die gegnerische Riven ist da. Ja, Katharina muss natürlich auch dahin zum Feeden. Macht's ja gerne. Ich bin bereit, um die Gewalt zu beenden. Ja, komm du kleiner Wichser. Na los, komm. Komm schon. Komm schon. Jawoll. Hei, 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 hei. Der hat das Weiz auch ein bisschen Feeden. Ass. So, und jetzt angreifen, Mann. Das ganze gegnerische Team ist down. Alle, Mann, alle, alle, alle dahin, verdammt. Ach, Mann. So, jetzt geht's los hier. Do you want a problem? You can have a problem. Ja, ja, das könnte er haben. Mein Geist ist nicht verlobt. Zurück, Junge. Oh, Mann, was mach ich denn da? Oh, Gott, ich wurde getötet. Oh, Gott. Euer Team hat einen Turm zerstört. Gegnerische Doppeltötung. Ach, du heiliger. So, das verkaufen wir mal und holen uns. Den Phantom-Tänzer. What? Ach, Gott. Bitte. Macht doch einmal, was ich sage. Please. 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 Ups. I'm so sorry. Wie viel brauche ich denn noch für den? 775. Ja, gut, das ist noch einiges. Blizzcrank. Katharina, tut ihr nur so dumm oder seid ihr so dumm? Ich glaube, sie sind es. Und zack. What machst du da? Ach, so. Kommt schon. Come on. It's my Ulti. Ja, Mann. Ja. Oh, ja. So. Hat man das gerne. Ich denke mal, ja. Fade und Sivir leben noch. Aber das ist nicht weiter schlimm. Oh, nein. Der töte mich. What? Ach, du heiliger. Ja, das. Ich habe das hier. Heldenmut. Ein bisschen falsch gemacht. Ja. Aber hey, 11 zu 7. Und 7 Assists. Ja, Mann. Timo ist ein cooler Held. Come on. So, jetzt komme ich wieder. Level 17. Rise. Ich habe einen Rise aufgeholt. Timo auch 17. 32 zu 26 steht es von den Gesamtkills her. Und Blizzcrank stirbt. Nicht. I'm coming. Ja, jetzt klaut er mir noch einen Kill. Ach, Mann. Ihr erster Kill. Der Gegner hat mit 3 zu 1 für eine Aufgabe. Jawohl. Ja, das war's. Wieder ein gutes Spiel mit der Riven. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Gut.